Gameloft hat den ersten Gameplay-Trailer zu Wild Blood veröffentlicht. Bei Wild Blood handelt es sich um ein Action-Adventure mit Unreal-Grafik. Es ist der erste Gameloft-Titel, der auf die Unreal-Grafik-Engine setzt. Ihr übernehmt die Kontrolle über den Ritter Lancelot und versucht die Prinzessin sowie eure Welt zu retten. Weitere Infos gibt es bislang leider noch nicht. Das Video zeigt aber schon deutlich den Helden mit diversen Waffen und Zaubern im Kampf gegen zahlreiche Kreaturen und Giganten. Die Grafik sieht bereits jetzt famos aus. Da fiebert man der Veröffentlichung, die bereits in den kommenden Wochen für iPod Touch, iPhone und iPad stattfinden wird, regelrecht entgegen. Und jetzt viel Spaß mit dem Trailer. Das Video zeigt aber auch, dass die Veröffentlichung der Veröffentlichung der Veröffentlichung der Veröffentlichung ist. Das Video zeigt aber auch, dass die Veröffentlichung der Veröffentlichung bei uns auf Facebook, Twitter und die soziale Veröffentlichung des Kollegen und YouTube. Bis zum nächsten Mal.